Die Lust auf Garten. So fördert der Wettbewerb Gartenlust eine grünere Stadt Hannover. Das Regenwetter freut die Pflanzen. Gerade nach den letzten heißen Sommern leiden auch Gärten unter den heißen Bedingungen. Wenn man etwas aussät, muss man ordentlich gießen und wenn kein Wasser da ist, dann ist es natürlich schwierig, die Gärten schön zu gestalten. Insofern hoffen wir, dass es so wie heute weitergeht, dass es doch ab und zu mal regnet, damit die Gärten sich zu ihrer ganzen Pracht entwickeln können. Willkommen in blühender Nachbarschaft. Das Motto des Wettbewerbs. Blühende Nachbarschaft zwischen Pflanzen und Tieren. Blühende Nachbarschaft zwischen Mensch und Garten. Und natürlich blühende Nachbarschaft zwischen Anwohnern eines Gemeinschaftsgartens. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Gärten und Nachbarschaft zusammenzubringen. Das eine ist natürlich, dass im Garten Flora und Fauna zusammenkommen. Die Gärten haben ja auch für die Insekten eine hohe Funktion. Die Insekten haben wiederum für die Menschen eine wichtige Funktion. Aber es heißt natürlich auch, dass die Menschen in schönen Gärten zusammenkommen können. Sie können dort zusammen sitzen, sie können zusammen feiern, sie können aber auch zusammen gärtnern. Insofern ist das Thema für alle Beteiligten sozusagen ein wichtiger Punkt. Der Gewinner des Gartenlust-Wettbewerbs von 2017 zeigt, wie es funktionieren kann. Der Nachbarschaftsgarten ist barrierefrei zugänglich und lädt mit Bänken zum Verweilen ein. Hochbeete regen zum Anbau von Obst, Gemüse und Kräutern an. Ich freue mich immer wieder über Gärten, wenn ich sie sehe, dass sie einer großen Gemeinschaft zugänglich sind. Dass viele Leute was davon haben. Nicht nur diejenigen, die mit dem Garten arbeiten und Spaß an der Arbeit im Garten haben, sondern auch diejenigen, die ihn betrachten, von außen betrachten und die eventuell darüber in Kommunikation treten mit denjenigen, die den Garten gestaltet haben. Aktiv und wohnungsnah gärtnern. Ein Vorteil eines Gemeinschaftsgartens. Der großzügige, parkähnliche Charakter bietet viele Nutzungsmöglichkeiten für alle Generationen.